Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dr. Dieter Kollmer wird uns heute Abend einen Mann vorstellen, der von der Geschichte fast vergessen worden ist. Es handelt sich um den 1904 in Bremen geborenen Georg Ferdinand Duckwitz, der ein überaus bewegtes und spannendes Leben zurückblicken konnte, sodass es eigentlich verwunderlich ist, dass man sich jetzt erst mit ihm beschäftigt. Für nicht wenige Kenner seiner Biografie war er der gute Deutsche, in einer Zeit, als es viel Mut und Rückgrat bedurfte, ein solcher zu sein. Er war es, der die dänischen Juden rettete, der mit den Männern des 20. Juli kooperierte und der in der Ära Brand als Staatssekretär im Auswärtigen Amt keinen geringen Anteil am Zustandekommen des deutsch-polnischen Vertrages hatte. Gleichwohl ist er in Deutschland im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten. Dies ist umso verwunderlicher, da Duckwitz geradezu exemplarisch die Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts durchlebt hat. Für Dieter Kollmer einen Grund, Leben und Wirken dieses Mannes in einem Vortrag näher zu betrachten. Bevor wir uns jedoch das Leben von Georg-Ferdinand Duckwitz näher ansehen, darf ich zunächst einen Blick auf den Werdegang unseres Referenten werfen. Nach der Ausbildung zum Offizier des Heeres der Bundeswehr studierte Dieter Kollmer Neure und neueste Geschichte sowie Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Basel und Dresden. Er war dann Dozent für Militärgeschichte, Referent im Bundesministerium der Verteidigung und Mitherausgeber der Reihe Wegweiser zur Geschichte. Zurzeit ist er Leiter des Fachprojekts Geschichte der Bundeswehr im Kalten Krieg am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam sowie ein Leberauftragter an der Universität Potsdam und der Universität der Bundeswehr in München. Außerdem ist er Mitglied des Beirats des Zentrums für Kriegsstudien an der Universität in Udense in Dänemark sowie Mitglied der Wissenschaftskommission des österreichischen Bundesministers für Landesverteidigung und Sport. Ich darf ihn ganz herzlich willkommen heißen. Ja, herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend zum zweiten Mal im Rahmen der Vortragsreihe der Stiftung Demokratie Saarland einen Vortrag halten zu dürfen. Beim ersten Mal hatte Herr Rauls mich entdeckt gehabt mit einem Buch, was ich herausgegeben hatte. Dieses Mal habe ich mich aufgedrängt, weil ich dieses Thema für sehr interessant und für wichtig halte. Wir haben in der deutschen Geschichte, glaube ich, viele Persönlichkeiten, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und es ist wichtig, dass man sich mit diesen Persönlichkeiten auseinandersetzt, denn Geschichte ist immer auch die Geschichte einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft. Und Persönlichkeiten prägen diese Geschichte und nicht immer nur die, die in der ersten Reihe stehen. Also hier werden wir zum Beispiel sehen, dass diese Person Georg Ferdinand Duckwitz nie eine Person der ersten Reihe gewesen ist, sondern immer eine Person der zweiten Reihe. Manchmal hatte er mit den Guten zu tun, Klammer auf Willy Brandt, Klammer zu. Manchmal mit den Bösen, vielleicht Bösen, Klammer auf Werner Best, Klammer zu. Aber er war der Mann der zweiten Reihe. Und deswegen ist er vielleicht ein wenig, zumindest in Deutschland, in Vergessenheit geraten. Wenn man in Dänemark junge Geschichtsstudenten auf den Namen anspricht, dann wissen sie ihn zumindest einzuordnen als den vermeintlichen Retter der dänischen Juden. Wie das nun genau war, darüber möchte ich nachher auch noch ein paar Worte verlieren. Also, ja, man fängt so etwas ja immer mit dem Eyecatcher an. Und ich fange mit diesem Eyecatcher an. Hm? Ist das? Mal schauen. Ah, ist noch aus. Ja, genau, ist noch aus. Hervorragend. Ich fange mal mit diesem Eyecatcher an. Ich glaube, ein Bild, was die meisten von uns kennen. Ein ganz berühmtes Bild. Ich würde mal sagen, das ist fast so wie das Bild des flüchtenden nationalen Volksamisten über den Stacheldraht in Berlin. Das ist Willy Brandt in Warschau am 7. Dezember 1970 vor dem Warschauer Ghetto. Er singt auf die Knie eine Geste, die tags drauf in Westdeutschland sehr, sehr umstritten war. Und der Spiegel hat sich dann auch gleich die Mühe gemacht, eine Umfrage zu starten. Durfte Brandt knieren? Ja, also ungefähr 41 Prozent haben gesagt Ja und siehe da, 41 Prozent haben gesagt Nein. Also damals eine sehr umstrittene Geste in der westdeutschen Bevölkerung. Heute würde ich, glaube ich, sagen, wird die Mehrzahl der Deutschen sagen, selbstverständlich war das eine gute und auch sehr wichtige Geste. Ich will jetzt aber gar nicht auf Willy Brandts Geste eingehen und das weiter diskutieren, sondern ich möchte die Geschichte hinter dieser Geste erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Willy Brandt an diesem Tag in Warschau nicht nur auf die Knie gefallen ist, um sozusagen in einer Geste sich für das Passierte zu entschuldigen und Demut zu zeigen, sondern wenige Stunden zuvor ist nämlich, ups, falsche Richtung, das passiert, nämlich das Unterzeichnen des sogenannten Warschauer Vertrages, ein Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen, wo es um die Aussöhnung geht und, wichtig, die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie. Die war nämlich bis zum Zeitpunkt nicht anerkannt. Es galt bis zu dem Zeitpunkt verschiedene Doktrinen, unter anderem die Haltstein-Doktrinen, auf die ich auch gleich noch eingehen werde. Wir sehen hier natürlich Willy Brandt, wir sehen natürlich den polnischen Ministerpräsidenten und wir sehen, und deswegen habe ich den, wir sehen den jungen Egon Bahr hinter Willy Brandt und man wird auf den Bildern auch immer wieder sehen, wenn man sie sich anschaut, wir werden nicht allzu viele von denen heute sehen, aber dass Egon Bahr jemand ist, der in der Zeit sehr am Aufstreben ist und der also immer sehr in die Nähe von Willy Brandt sucht und ganz bescheiden, deswegen habe ich den Pfeil dorthin gemacht, sehen wir hier am Rand, den eigentlichen, die eigentlich wichtige Person in diesem Zusammenhang, nämlich den Unterhändler auf deutscher Seite, Georg Ferdinand Duckwitz. Der steht also so ein bisschen abseits und man kann das auch auf den gesamten Bildern, die es zu diesem Ereignis gibt, sehen. Er ist nicht jemand, der sich nach vorne drängt, sondern er muss in den Mittelpunkt gezogen werden. Da kommt nachher auch noch ein schönes Bild. Ja, worum geht es im Großen und Ganzen in den nächsten rund 60 Minuten? Ja, ich habe den richtigen. Es geht um diese Person. Es geht um Georg Ferdinand. Freunde nannten ihn später Freddy Duckwitz und Freddy Duckwitz, das war der Name, wie er von seinen Freunden, aber auch im Familienkreis und von seinen näheren Mitarbeitern genannt wurde. Ganz witzig, wenn man diese Personlichkeit, die auch eine imposante Größe hatte, sieht, dann ist das schon ein Zeichen, wenn jemand sich auch so nennen lässt. Ja, wer war er? Es geht darum, wer war er, was hat ihn geprägt? Das ist immer wichtig für eine Person. Man darf das nicht unterschätzen. Also was ist der Hintergrund? Warum handelt er, wie er handelt? Was hat ihn berühmt gemacht? Also berühmt im Sinne von, warum hat er eine historische Bedeutung? Warum hat er die Dinge so getan, wie er sie getan hat? Was für ein Mensch war er? Wie hat er agiert? Wie hat er sich in Gruppen bewegt? Ja, und warum ist er eigentlich in Deutschland nicht bekannt? Das war eine gute Frage. Für jemanden, der solche Dinge, wie ich sie gerade genannt habe, getan hat, müsste er eigentlich ja doch etwas bekannter sein. Fangen wir aber ganz vorne an. Hier sehen wir den Schüler, den Steppke, wie man in Berlin sagt, den vermutlich zu diesem Zeitpunkt ungefähr elf Jahre alten Georg-Ferdinand Duckwitz in Bremen. Er war der dritte Sohn in einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie. Sehr wohlhabend. Und die Väter, Großväter, der Onkel waren zum Teil sehr berühmte Bürgermeister in Bremen und in einer Bürgerschaft, ich bin Hamburger, ist es so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die wohlhabendsten Familien die Stadt auch führen, dass sie sich also sozusagen, zumindest war es lange Zeit so, sich auch politisch eingebracht haben. Und das hat die Familie Duckwitz sehr ausführlich getan. Das Haus der Familie Duckwitz, der Haushalt eher liberal-konservativ, Norddeutschland natürlich lutheranisch und stets staatstragend. Und zwar im Kaiserreich wie in der Weimarer Republik, aber dann auch im Dritten Reich, muss man ehrlicherweise sagen, später auch in der Bundesrepublik. Er ist auf ein humanistisches Gymnasium gegangen und hat während seiner Schulzeit schon im Kontor der Eltern mitgearbeitet. Also er ist relativ früh mit kaufmännischen Tätigkeiten in Kontakt gekommen. Und das ist das, was man über die Hansestädte auch weiß, dass Frühe in Kontakt kommen mit Handel, der eben in Hamburg wie in Bremen international ist, bedeutet auch frühzeitig mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. Bremen hat die Folgen des Ersten Weltkrieges insofern zu spüren bekommen. Bremen war eine der Städte, in der ein Arbeiter- und Soldatenrat die Macht übernommen hat, eine Arbeiter- und Soldatenratsregierung eingesetzt hat. Und die Bremer Bürgerschaft, die Bremer Kaufleute, wollten sich dies nicht gefallen lassen. Sie wandten sich an die Reichsregierung in Berlin. Die schickte, weil ähnliche Prozesse in München zum Beispiel vonstatten gingen, eine Division, die Division Gerstenberg. Und die Bremer Kaufleute stellten eine freiwillige Truppe von ungefähr 600 Mann zusammen, das sogenannte Freikorps Kaspari. Und wenn man in der Literatur liest, dass Georg Ferdinand Duckwitz ein Angehöriger eines Freikors gewesen ist, dann ist das zwar richtig, aber nicht ein Freikorps im eigentlichen Sinne, so wie wir das uns vorstellen, nicht so ein rechtsextremistischer Haufen wilder Soldaten, die marodierend durch die Gegend zogen, sondern hierbei handelte es sich um eine Einheit, die von Bremer Kaufleuten bezahlt wurde, um die Stadt zu befreien. Und dieser 14-Jährige, das muss man auch dazu sagen, dieser 14-Jährige Junge wird sicherlich, wenn wir uns hier anschauen, wie schmächtig er ist, nicht vorne im Straßenkampf gegen die Soldaten, die Kämpfe des Arbeiter- und Soldatenrates gekämpft haben, sondern er wird möglicherweise Botengänge gemacht haben oder aber Munition getragen haben. Was auch immer zumindest, muss man das relativieren, wenn man hört, dass er sozusagen in einem rechtsextremistischen Freikorps gewesen ist. Hier ging es um ganz andere Dinge. Und selbstverständlich als Angehöriger einer bremischen Kaufmannsfamilie bringt man sich da ein, wo man sich einbringen kann. Vorbild, habe ich hier auch geschrieben, ist sein Onkel Richard. Sein Onkel Richard ist in diesem Freikorps und bei dem nächsten Schritt in seinem Leben, nämlich nach Ende der Schule das Studium, da beeinflusst ihn sein Onkel auch. Sein Onkel ist nämlich ungefähr 20 Jahre zuvor nach Heidelberg, also auch ins Badische zum Studieren gegangen, hat dort auch Jura studiert und ist in eine Studentenverbindung eingetreten. Es gibt in der Familie Duckwitz dort keine Familientradition. Also kann man davon ausgehen, es gibt keine Dokumente, in denen das steht. Aber es lässt sich schon davon ausgehen, dass wenn der Onkel das getan hat und er folgt noch in einigen anderen Schritten dem Onkel, das Freikorps, das Studium und dann die Studentenverbindung, dass es nahe liegt, dass er dort einen gewissen Einfluss auf den jungen Mann hatte. Ja, er tritt ein in das Korinania Freiburg. Man muss zu dem Korinania Freiburg sagen, dass es damals eine sehr elitäre Gruppierung gewesen ist, die primär junge Männer aufgenommen hat, die aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet gekommen sind und dort aus Familien kamen von Werkwerksbesitzern, von Besitzern von Stahlfabriken. Die Firma Hösch zum Beispiel gehört einem der jungen Männer dort, beziehungsweise den Eltern ihm dann später, das nochmal so als Beispiel genommen. Es ist ein lebenslanger Bund. Das heißt, Georg Ferdinand Duckwitz hat ein Leben lang mit den Menschen, die er dort kennengelernt hat und die er später noch kennenlernen sollte, zu tun gehabt. Er war dann, und das ist immer eine Ehre, das sieht man hier auf dem Bild, er ist der junge Mann in der Mitte, der auf dem Stuhl sitzt. Das ist ein Zeichen dafür, dass er der sogenannte Erstchargierte, also der Vorsitzende dieser Gruppierung für ein Semester gewesen ist. Er hat viele Kontakte aufgebaut und wir werden nachher noch sehen, insbesondere dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Kontakte für ihn nicht von Nachteil waren. Ja, im Wintersemester 1923, 1923 Zeit einer der großen wirtschaftlichen Krisen in Deutschland, ging es den jungen Studenten, sämtlichen jungen Studenten in Freiburg sehr schlecht. Und mit Erlaubnis der Eltern sind dann sämtliche Chorstudenten aus Freiburg, was ungefähr 200 waren, nach Ulm gegangen und haben sich dort bei der Reichswehr zwei Wochen lang ausbilden lassen. Freiburg hat eine ähnliche Lage wie Saarbrücken, die französische Grenze ist nicht weit. Und wir müssen hier dabei bedenken, dass das die Zeit ist, in dem es in Deutschland 100.000 Mann hergab und die Öffentlichkeit sich trotz alledem immer noch von gewissen Seiten, also von der polnischen Seite und von der französischen Seite bedroht fühlte. Also auch hier fühlten sich die jungen Leute dazu ermutigt, eine Ausbildung zu machen, um eine Verteidigungsfähigkeit des Deutschen Reiches herzustellen. Wir werden das heute sicherlich etwas anders werten, aber damals, ich kann mir das sehr gut vorstellen, sehr lebendig vorstellen, war die Euphorie groß, dass man also sozusagen eine Bedeutung hatte für das Reich in einer Zeit, in der Deutschland wirklich dann niederlag. Gut, er hat dann sein Studium nicht beendet. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass er also diese Studentenverbindung verlassen muss. Er ist dabei geblieben. Es hat ihn ein Leben lang begleitet. Er ist dann nach Bremen zurückgegangen und hat das gemacht, was eigentlich klassischerweise jeder junge Mann aus einer Kaufmannsfamilie macht. Er hat nämlich eine Kaufmannsausbildung gemacht bei einer befreundeten Firma. Man macht das, so funktioniert das in diesen Kaufmannsfamilien nie in der Firma des Vaters oder des Onkels oder eines anderen Familienangehörigen, sondern immer in der Firma, in einer Firma einer befreundeten Familie. In diesem Fall ist es eine Ex- und Importfirma gewesen. Also auch hier wieder hat er schon internationale Kontakte gehabt. Er wechselt dann, weil, wie gesagt, er ist der dritte Sohn und weiß, dass er die Firma nicht übernehmen wird, wechselt dann nach Ende seiner Ausbildung zu einer Firma, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen kennen wird, Kaffee Haag. Ist heute bekannt für dekoffinierten Kaffee. Damals eine relativ junge, aufstrebende Brömer Kaffeefirma. Bremen ist der große, heute noch der große Kaffee-Umsatzort in Deutschland. Kaffee, also Jakobs Kaffee, wird Ihnen allen was sagen, ist eine Bremer Firma. Also das ist der große Umschlagplatz für Kaffee in, so wie Hamburg zum Beispiel der große Umschlagplatz für Bananen ist. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen wusste, aber Bremen ist halt Kaffee. So, also er geht zu Kaffee Haag und macht sich da offensichtlich so gut, dass man ihn 1929 nach Kopenhagen schickt. Das ist Schicksal. Er geht nach Kopenhagen und lernt dort die Dänen kennen. Lernt sehr schnell Dänisch. 25 zu dem Zeitpunkt, da lernt man noch gut schnell Sprachen. Wir, glaube ich, alle hier, die hier sind, wir haben eher Schwierigkeiten. Ich tue mir auch immer schwer, wenn ich mit meinen dänischen Kollegen spreche. Wir sprechen immer auf Englisch, das geht ganz gut, dem Dänisch zu folgen. Aber er lernt das relativ schnell und hat dadurch auch relativ schnell sehr viele dänische Freunde und Bekannte, baut sich ein großes Netzwerk auf. Und, und das darf man nicht vergessen, Dänemark ist zu dem Zeitpunkt damals schon so, wie Dänemark auch heute noch ist. Es ist zwar ein Königreich, aber es ist sehr liberal und die Dänen ruhen sehr in sich selbst. Sie sind sehr sozial-liberal eingestellt, auch damals sozialdemokratische Regierungen. Selbst die Konservativen in Dänemark sind für unsere Verhältnisse eher der rechte Teil der SPD. Nee, Seeheimer Kreis, so, jetzt fällt es mir an. Mehr so Seeheimer Kreis als CDU. So, er leitet also dort die Vertretung, baut ein riesiges Netzwerk auf, das ihm nachher, wenn er wieder nach Dänemark zurückkommt, sehr, sehr helfen soll. Er begegnet 1932 bei einer Veranstaltung in Oldenburg, in Oldenburg, also es liegt in der Nähe von Bremen, Gregor Strasser. Gregor Strasser ist, da streiten sich die Experten heute drüber, aber ich würde mal sagen, der soziale Flügel der Nationalsozialisten zu der Zeit. Und er kommt aus Dänemark, ist dort sehr stark konfrontiert worden mit sozialdemokratischen Ideen, ist natürlich sehr deutsch, möchte gerne, dass Deutschland wieder international an Bedeutung gewinnt. Die ganzen Diskussionen, die damals geführt werden, bewegen ihn sehr. Und er lässt sich von Gregor Strasser sehr stark beeindrucken, drücken wir es mal so aus. Und tritt den Nationalsozialisten bei. Die soll keine Entschuldigung sein, es ist eine Erklärung. Er tritt den Nationalsozialisten schon sehr früh bei, 1932. Das ist eigentlich heutzutage, gilt das eher als unentschuldbar. Nach der Machtübernahme sind viele beigetreten. Da sagt man, ja, das war aus opportunistischen Gründen. Er hat das aus Überzeugung zunächst einmal getan. Ohne Zweifel, sonst hätte er es ja nicht machen müssen. Er wird dann Skandinavien-Experte im Außenpolitischen Amt der NSDAP. Also die haben neben dem Auswärtigen Amt noch einen eigenen Bereich gehabt, wo sie Analysen über die jeweiligen Länder, mit denen Deutschland intensiver Kontakt hat, angestellt haben. Er dient dort zwei Jahre unter Alfred Rosenberg und scheidet dann im Streit mit Rosenberg. Und obwohl Rosenberg wohl ziemlich die Meinung gegeigt haben muss, gibt es im Nachlass von Duckwitz ein Schreiben von Rosenberg, wo Rosenberg das zutiefst bedauert, dass Duckwitz mit seiner Expertise diese Position verlässt. Er wechselt dann in meine Heimatstadt. Das ist natürlich für den Bremer eigentlich eine große Sünde. Das ist ungefähr so wie von Saarbrücken nach Kaiserslautern zu wechseln. Man macht das normalerweise nicht, aber er macht es und arbeitet für eine der größten Hamburger Firmen, Außenhandelsfirmen, nämlich die HAPAC, die Hamburg-Amerikanische Paket-Aktiengesellschaft. Da geht es um Schiffshandel. Also die HAPAC ist dieses riesige Konstrukt, mit dem Waren von Deutschland nach Amerika transportiert wurden. Also hier hat er seinen ersten großen Kontakt zu dem Thema Schiffsverkehr, Schiffshandel und so weiter. Wir werden gleich sehen, dass das für ihn von Bedeutung ist. Er ist dann ein Jahr lang noch Leiter der Außenstelle in New York und dann fängt der Krieg an. Und mit Kriegsbeginn geht er dann nach Deutschland zurück. Und da werde ich nachher ganz am Schluss nochmal darauf zurückkommen. Hier ist so ein Bruch. Also man fragt sich, der ist in Amerika, der Krieg beginnt und er geht sofort zurück. Und zwar ins Reichsverkehrsministerium. Wird dort kurz ausgebildet und sofort weitergeschickt nach Dänemark. Und wird dort der sogenannte Schifffahrts-Sachverständige bei der deutschen Gesandtschaft in Kopenhagen. Worum geht es beim Schifffahrts-Sachverständigen? Das klingt erstmal, was ist das? Worum geht es? Also es geht um den materiellen Nachschub aus Skandinavien. Das sind natürlich die Erze und das Stahl aus Schweden. Es sind aber, und das ist nachher im Laufe des Krieges immer mehr von Bedeutung, die Nahrungsmittel aus Dänemark. Und die müssen ja irgendwie nach Deutschland kommen. Okay, aus Jütland ist das einfach, da werden die über die Grenze geschafft. Aber Dänemark besteht aus über 400 Inseln, die bewohnt sind. Das heißt, da muss eine ganze Menge auch übers Meer kommen, nämlich über die Ostsee. Und seine Aufgabe ist das, das zu koordinieren. Und zwar unter anderem auch dadurch, dass er das Netzwerk, was er schon hat, einerseits nutzt. Also das, was er aufgebaut hat, als er bei Kaffee Haag war. Und andererseits ergänzt und vergrößert. Und dadurch ist Dukwitz so eine Art Spinne im Netz zwischen Deutschland und Dänemark in dieser Zeit. Und umso mehr nach der Besetzung Dänemarks 1940. Aber auch hier schon ist er ein wenig verwundert. Er ist ein wenig beruhigt dadurch, dass der eingesetzte Reichsbevollmächtige, also Dänemark wird ja nicht zu einem Teil des Reiches gemacht. Es wird ja nicht besetzt wie andere Regionen, sondern man muss zu der Besetzung von Dänemark oder zum Einmarsch in Dänemark sagen, dass man Dänemark seine Regierung belassen hat. Also die dänische Regierung hat weiter nach dänischen Gesetzen regiert. Es gab aber einen Reichsbevollmächtigten, der regelmäßig nach Berlin berichtet hat. Und wenn es, sagen wir mal, schwerwiegendere Entscheidungen in Dänemark gab, musste der Reichsbevollmächtigte befragt werden, der dann wiederum Rücksprache mit Berlin gehalten hat. Also Dänemark war im Prinzip von 1940 bis 1945 ein frei agierendes Land unter Aufsicht von Berlin. Besetzt, deutsche Truppen standen in Dänemark. Und ab 1943 ändert sich das auch, da komme ich auch gleich noch dazu. Aber im Prinzip bis 1943 ging das Leben in Dänemark normal weiter. Außer, dass man relativ häufig deutsche Wehrmachtsoldaten auf den Straßen gesehen hat. Aber Dugwitz merkt natürlich die Veränderungen. Er hat Dänemark erlebt, ohne dass die Deutschen da waren. Und baut relativ frühzeitig schon Kontakt zum dänischen Widerstand auf. Das heißt, die Leute, die er schon kannte, gehören dann über kurze Zeit zum dänischen Widerstand. Das sind dänische Sozialdemokraten, das sind dänische Kaufleute. Und hier geht es ja nicht um einen aktiven Widerstand, sondern um eine, sagen wir mal, mehr oder minder politische Formierung, die im Zweifelsfall sich gegen die Deutschen gestellt hätten, wenn denn dann die Möglichkeit bestanden hat. Und das besteht dann ab 1943. 1941 wechselt dann Dugwitz vom Reichsverkehrsministerium zum Auswärtigen Amt. Das heißt, er wird übernommen vom Auswärtigen Amt. Das ist für seine spätere Karriere wichtig, weil er ist dann eben, wenn er dann im Jahre der 50er Jahre wieder zurückkehrt ins Auswärtige Amt, kein komplett externer. Also er wechselt zum Auswärtigen Amt und hat dann auch in Dänemark innerhalb der Botschaft, weil er eben Angehöriger, jetzt offizielle Angehöriger der Botschaft ist und nicht nur beigeordnet, mehr Spielraum und Bedeutung. Das heißt, er hat eben auch direkten Kontakt zum Botschafter, falsch, zum Reichsbevollmächtigen, zum Reichsbevollmächtigen und das wird sich dann auch gerade, wenn Werner Best, Reichsbevollmächtiger in Dänemark wird, von großer Bedeutung sagen. Okay. Im Frühjahr 1942, zumindest sagen das die Aktenunterlagen, die noch verfügbar sind, erhält er dann über den Leiter der dänischen Zivilverwaltung, also ein deutscher Leiter der dänischen Zivilverwaltung, Paul-Kannstein Kontakt zum deutschen militärischen Widerstand. Und das ist das sozusagen, was ihm fast am 22. Juli 1944 zum Verhängnis wird. Das ist sozusagen der Kontakt, der hergestellt wird und wo er dann innerhalb dieser Zeit in Kopenhagen versucht, gewisse Dinge zu erreichen, aber eben auch, wie viele andere, die beteiligt sind, scheitert. Aber durch seine dänischen Freunde in der Lage ist, sein Wirken zu kaschieren. Ja, die ganze Situation während des Zweiten Weltkrieges will ich jetzt natürlich nicht im Detail schildern, aber für Deutschland verändert sich die Situation im Laufe des Jahres, also Ende des Jahres 1942. In Berlin wird man langsam nervös. Man wird auch nervös darüber, dass gewisse Dinge sich nicht so entwickeln, wie man sich das vorstellt, unter anderem auch in Dänemark. Und deswegen wird der bis zu dem Zeitpunkt im Amt befindliche CZL von Rentefink seines Amtes enthoben. Und Werner Best wird zum Reichsbevollmächtigen ernannt. Zu Werner Best sage ich gleich noch etwas, nur soweit, es ist eine massive Veränderung für zunächst einmal die Deutschen, die mit Best zusammenarbeiten müssen und dann im Nachhinein auch für die Dänen. Ein bisschen was Privates streut man natürlich auch immer gerne ein. Wir haben jetzt hier bisher sehr viele nackte Fakten. Georg Ferdinand von Duckwitz ist auch in der Hinsicht ein normaler Mensch, erlernt im Laufe des Jahres 1939 bei einer Veranstaltung in Freiburg, die Schweizerin Annemarie Rünert kennen. Ihr Vater hat nämlich auch in Freiburg studiert und ist dort auch in einer Studentenverbindung gewesen. Er ist ein angesehener Züricher Jurist. Das heißt also, hier heiraten auch zwei bedeutende Familien miteinander. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Aber es gibt leider nicht viel über die Beziehung. Aber auch das zeigt den Charakter von Duckwitz, dass er eben sehr viel Wert auch darauf gelegt hat, dass sein Privatleben sein Privatleben bleibt und nicht zu viel nach außen dringt. Werner Best. Werner Best wird reichsbevollmächtigter in Kopenhagen. Warum wird er das? Er gilt als der Schlechter von Paris und man denkt zunächst einmal, als er nach Dänemark versetzt wird, dass er dort für massive Ruhe und Ordnung sorgen soll. Man hat aber dabei in Dänemark nicht mitbekommen, dass es zuvor in Berlin massive Machtkämpfe gegeben hat. Und zwar insbesondere zwischen Best und Himmler. Also Best wollte mehr oder minder an die Position von Himmler ran. Weil er glaubte, in Frankreich so erfolgreich mit seiner Arbeit insbesondere in der Judenvorfolgung gewesen zu sein, dass er nun eine wichtigere Position bekommen sollte. Himmler sah das etwas anders und schickte ihn dann auf einen Abschiebeposten nach Dänemark. Also Dänemark, da herrscht Frieden. Da kann man nicht wild wirbeln, wie das der gute Best in Frankreich getan hat. Also er ist dorthin abgeschoben worden. Relativ schnell gerät er dann in Konkurrenz zu dem Wehrmachtsbefehlshaber in Dänemark, dem General Hermann van Hanecken. Und das spielt dann nachher eine Rolle im Zusammenhang mit den dänischen Juden. Und zwar zum Vorteil der dänischen Juden. Weil die beiden sich nämlich streiten, freut sich der Dritte. Der heißt dann nachher Georg Ferdinand von Duckwitz, weil der nämlich die Streitigkeiten zwischen den beiden ausnutzt. und dafür sorgt, dass die dänischen Juden rechtzeitig gewarnt werden. Best verändert was in der dänischen Politik. Er macht den sozialliberalen Skarvenius zum Ministerpräsidenten. Das ist insofern überraschend, als dass Hitler unbedingt wollte, dass die dänischen Nationalsozialisten den Ministerpräsidenten stellen. Best erkennt aber relativ schnell und ist da auch wohl von Duckwitz beraten worden, dass wenn er das tun würde, dass ihm das Dänemark um die Ohren fliegen würde. Ich meine, die Dänen haben ja immer ihre Regierung selbst gewählt. Er lässt dann auch eine Wahl durchführen. Und bei dieser Wahl kommt heraus, dass die Nationalsozialisten 1,2 Prozent ungefähr bekommen. Und wenn man dann dort den, sagen wir mal, den Führer der Nationalsozialisten auffordert, die Regierung zu stellen, ich glaube, dann ist das ein sehr deutliches Zeichen, dass man die Dänen nicht ernst nimmt. Und wenn man das so machen will, wie man es gemacht hat, dass man denen sozusagen ihren Staat lässt und ihre Freiheit lässt, dann wäre das ein Zeichen gewesen, dass diese Zeit beendet ist. Und das wollte er nicht. Er wollte, dass Dänemark weiterhin ruhig bleibt und hat damit die Entscheidung getroffen, den Sozialliberalen Erich Skawenius, es kommt gleich noch ein Bild von ihm, ach nee, jetzt sind wir hier, Entschuldigung, da sieht man ihn sogar zum Ministerpräsidenten. März 1943 gibt es dann nochmal freie Parlamentswahlen, das bestätigt das Ergebnis. Aber die Situation ab Sommer 1943, die sich ja nicht nur in Dänemark ökonomisch verschlechtert, sondern auch im Reich, führt dazu, dass jetzt es in Dänemark Streiks und Widerstand gibt. Das Deutsche Reich zieht immer mehr Waren und auch junge Männer aus Dänemark ab. Also junge Männer heißt für die Dänen auch die dänische Minderheit in Deutschland und die deutsche Minderheit in Dänemark werden zum Militärdienst eingezogen und müssen zum Teil an die Ostfront. Und von daher wächst in Dänemark der Widerstand ab Sommer 1943. Widerstand heißt, dass es zu Generalstreiks kommt, dass es Sprengungen von Bahngleisen gibt. Also sagen wir mal so, niederschwelliger Widerstand gegen die Deutschen vor Ort. Best fordert dann von den Dänen selber ein stärkeres Einschreiten. Also er möchte, dass die Dänen das untereinander klären, dass die dänische Polizei sozusagen hier eingreift und die Teile des dänischen Militärs, die es zum Zeitpunkt noch gibt. Gleichzeitig fordert Hitler von Best stärkeres Eingreifen. Hannemann, Hanneken, nicht Hannemann, Hanneken möchte stärker eingreifen, mit seinem Militär. Best verhindert das. Also es gibt hier in Dänemark Streitigkeiten. Ich hatte schon ein bisschen was gesagt zum Verhältnis von Duckwitz zu Werner Best. Duckwitz ist zunächst einmal überrascht über die Ablösung. Es war also vorher nichts bekannt geworden. Es war eine relativ schnelle Entscheidung, die getroffen wurde. Best galt bis zu dem Zeitpunkt als kalter und massiv antisemitischer Verwaltungsfachmann. Zunächst einmal wartet Duckwitz ab. Das ist so sehr typisch für ihn. Sehen, wie kann er sich am besten an die Situation anpassen? Wie kann er seine Ziele, die er hat, durchsetzen? Best erkennt relativ schnell, ist ja nicht ganz doof, ein intelligenter Mann, relativ schnell, dass Duckwitz sehr gut vernetzt ist und nutzt dann diese Kontakte von Duckwitz auch für seine Politik. Was wohl ziemlich gesichert ist, ist, dass besterjenige ist, der Duckwitz den Termin verrät, wann die dänischen Juden verhaftet werden sollen. Ob er das nun getan hat, damit Duckwitz das weitergibt an die dänischen Juden und an den dänischen Widerstand, das ist bis heute nicht bekannt. Was aber bekannt ist, dass Duckwitz sich sehr stark nach dem Krieg für die Revalidierung von Best eingesetzt hat. Was aber auch wiederum eine Frage ist, warum er das getan hat. Viele behaupten, unter anderem auch sein Biograf, dass es eine der Gründe ist, nämlich, dass Best ihm diesen Termin verraten hat und somit im Prinzip die Rettung der dänischen Juden überhaupt ermöglicht hat. Gut, gehen wir mal weiter. Wie war das nun? Also ich nenne ihn den Unterstützer der Flucht der dänischen Juden, weil er hat sie nicht gerettet. Gerettet haben ihn unendlich viele dänische Zivilpersonen, die mit Booten aufs Meer rausgefahren sind. Gerettet haben ihn möglicherweise Hafenarbeiter, die teilweise Schiffe der deutschen Kriegsmarine sabotiert haben, damit die nicht ausfahren konnten. Der Hafenmeister in Kopenhagen, der dafür gesorgt hat, dass Schlechtwettermeldungen rausgegeben wurden, dass also die, es waren nur leichte Schnellboote in Kopenhagen, im Hafen von der Kriegsmarine, dass sie deshalb nicht ausgefahren sind. Also es gibt eine Vielzahl an Faktoren und Duckwitz ist mit seiner Meldung an die dänischen Juden und seinen Bemühungen in Stockholm, nämlich die Schweden dazu zu überreden, die Juden aufzunehmen, nur ein kleiner Faktor in dem ganzen Spiel, aber ein nicht zu unterschätzender. Man hat also zumindest in Dänemark Ruhe, das hatte ich schon gesagt, zum Ausnahmezustand, es kommt dann aber zum Ausnahmezustand im August 1943, also Best ruft den aus. Auch hier stellt sich die Frage, hat er den ausgerufen, um nach Berlin Signale zu senden, wir haben hier alles im Griff, oder aber um das, was jetzt folgt, zu verschleiern. Es gibt dann im September, Anfang September, das berühmte Telegramm von Best an Hitler, in dem er die Situation vor Ort beschreibt und sagt, man müsste jetzt endlich gegen die dänischen Juden vorgehen, also sprich, es herrscht so ein bisschen Chaos, jetzt müssen wir gegen die dänischen Juden vorgehen. Hitler antwortet, ja, also es muss jetzt endlich die Judenfrage geklärt werden und er erwartet also so schnell wie möglich die Meldung, dass Dänemark judenfrei sei. Diese Antwort von Hitler lanciert wohl, so steht es im Tagebuch von Duckwitz, und so berichten das dann auch dänische Politiker, dass Duckwitz ihnen das mitgeteilt hätte, dies lanciert Best an Duckwitz. Duckwitz notiert in seinem Tagebuch den bekannten Satz, ich weiß, was ich zu tun habe, das heißt, er zieht los, fährt nach Schweden, konsultiert mit der schwedischen Regierung, natürlich geheim, ob 7000 dänische Juden in Schweden aufgenommen werden können. Und zwar nicht nur aufgenommen werden können, sondern bis zum Ende der militärischen Auseinandersetzung in Schweden bleiben können. Warum ist das für Schweden so schwierig? Schweden ist indirekt Verbündeter des Deutschen Reiches. Schweden liefert massiv Rohstoffe, Halbfertigprodukte und Fertigprodukte an das Reich und lebt sehr gut davon. Hat gute Kontakte nach Berlin und wenn man jetzt plötzlich 7000 dänische Juden aufnimmt, begibt man sich möglicherweise in schweres Fahrwasser. Das passiert aber nicht. Die dänischen Juden setzen in einer Nacht- und Nebelaktion über den Öresund über und landen relativ sicher und ungefährdet auf schwedischem Territorium. Wie läuft das ab? Zunächst einmal informiert Duckwitz die dänischen Politiker und gleichzeitig aber auch die jüdischen Führer, schlechtes Wort, aber die Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde vor Ort über den Termin. Die organisieren dann, dass ihre Mitbürger, also nicht nur die Juden, sondern auch die dänischen Mitbürger, die helfen sollen, die man motivieren möchte, zu helfen, man muss ja eben auch genügend Boote zum Beispiel haben, um über den Öresund rüberzukommen, über die geplante Aktion, um eine weitere Verschleierung zu erreichen, protestiert König Christian der Zehnte gegen die Politik in Berlin und vor diesem als Soldat würde ich sagen Nebelbomben, die dort geworfen werden, verschwinden dann über Nacht 7000 dänische Juden über den Öresund. Von den über 7000 dänischen Juden, die es zu dem Zeitpunkt gab, sind nur 500 verhaftet worden und alle auf Drängen der Regierung in Kopenhagen zusammen in ein Aufnahmelager gebracht worden, nämlich nach Theresienstadt und glaubt man den Unterlagen, die ich einsehen konnte, sind von den 500 weniger als 10% nicht zurückgekommen. Also ein großer Erfolg in einer dunklen Zeit, die aber Fragen aufwirft und zwar die Fragen, warum hat er das überhaupt gemacht? Warum hat Duckwitz die Flucht unterstützt? Er war Mitglied der Partei, er hatte einen klaren Auftrag in Dänemark, der damit nichts zu tun hatte. Er war Deutscher, die Lage im Krieg kippte gerade. Warum? Es gibt verschiedene Antworten, ich biete Ihnen hier ein paar an, möglicherweise war es sein Humanismus, sein positives Bild von Dänemark, meine dänische Juden waren für ihn auch Dänen, er war kein Antisemit, vielleicht auch schon ein Widerstand gegen die Nazis, ich habe geschildert, dass er Kontakt zu verschiedenen Persönlichkeiten hatte, die dem Widerstand nahe standen und sein Verhalten am 20. Juli. Vielleicht aber auch die Stärkung der eigenen Position gegenüber Werner Best. Best gibt den Tipp weiter, die Juden verschwinden, aber Best ist der Termin wusste, er ist der Schuldige, damit stärkt er seine Position gegenüber Best, er stärkt auch seine Position gegenüber den Dänen. Wenn man so schlau und gewieft ist wie Duckwitz, dann hatte man schon ein Gefühl dafür, dass sich im Krieg die Dinge langsam ändern, dass der ständige Vormarsch an allen Fronten nun beendet war und dass es jetzt langsam für die Deutschen immer schwieriger wurde an den Fronten. Ja, er setzt sich vielleicht ein wenig ab, setzt sich ab von den Nazis aufgrund des Niedergangs, also das, was ich gerade sagte, dass der Krieg langsam verloren geht und möglicherweise auch persönliche Vorteile. Wir wissen bis heute nicht, ob ihm möglicherweise von dänischer Seite auch Dinge versprochen wurden, die dann möglicherweise nach dem Krieg, nicht möglicherweise, sondern ganz bestimmt, er hatte Vorteile nach dem Krieg in Dänemark, das werden wir auch gleich sehen, dass das möglicherweise dazu geführt hat. All das können wir aber nicht beantworten, das sind alles nur Vorschläge, die ich Ihnen machen möchte, zu sagen, was kann es gewesen sein. Wenn Sie mich fragen, was ich glaube, was es war, ich würde sagen, ja, er ist aufgrund seiner Erziehung, seiner Herkunft ein Humanist, ja, ihm waren die Dänen wichtig, ja, er hat seine eigene Position gestärkt, und ja, es ist allzu menschlich, wenn man erkennt, dass eine Sache, für die man gestanden hat, am Zerbrechen ist, dann sucht man eine neue Position, und die hat er sicherlich in der Zeit auch schon gesucht. Und die findet er dann auch nach dem Krieg, zunächst einmal in Dänemark, er bleibt in Dänemark, er verdient, er muss davon irgendwas leben, er verdient sich Geld damit, dass er Deutschen hilft zu fliehen, insbesondere nicht insbesondere, sondern eigentlich über die Ostsee, aus den Ostgebieten. Viele kommen zunächst einmal nach Dänemark, viele wandern aber weiter nach Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein und Bayern sind die beiden Bundesländer, die nach dem Krieg Flüchtlinge aus den Ostgebieten aufgenommen haben. Ja, und er macht das, was er schon immer gut konnte, Wirtschaft. Er beschäftigt sich frühzeitig schon mit Kontakten von kleineren deutschen Firmen, insbesondere zunächst einmal aus Norddeutschland nach Dänemark, um auf beiden Seiten schon wieder einen gewissen Kontakt zueinander aufzubauen und das ist ja bis zum heutigen Tage so. Deutschland und Dänemark sind große Handelspartner. Viele der Verhältnisse, die wir zu Dänemark haben, sind insbesondere ökonomisch basiert. Das führt dazu, dass man ihn schon relativ frühzeitig auch in Deutschland als solchen ausfindig macht und zum Vertreter der Handelskammern der britischen Zonen in Kopenhagen macht. Also die britischen Zonen, das im Prinzip heute würden wir sagen Niedersachsen, Bremen, Bremen, Schleswig-Holstein und Teile Nordrhein-Westfalens. Ja, das erkennt man und zu der Zeit, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was ich ganz am Anfang erzählte über Studentenverbindungen, zu der Zeit wird ein Chorbruder von Georg Ferdinand Duckwins der Personalchef im Auswärtigen Amt. Und der hat ihn natürlich auf dem Bildschirm dass der Duckwitz immer noch in Dänemark ist und dort immer noch Geschäfte macht und der fragt ihn dann an im Jahr 1950 also als Amt, das ist noch nicht das Auswärtige Amt, das ist noch das Bundeskanzleramt, das hat aber dann eine Stelle für Auswärtige Dienste und dort ist er der Personalchef, ein gewisser Herbert Dettmann und dieser Herbert Dettmann, ich vermute mal er hat ihn angerufen oder hat ihm einen Brief geschrieben, fragt ihn an, ob er sich vorstellen könnte, dass mit aufzubauen. Duckwitz sagt zu und baut als Angestellter zunächst einmal das Generalkonsulat mit auf und wird Leiter der Wirtschaftsabteilung, wenn nicht später wird das Generalkonsulat auch eine Botschaft und er ist dann zunächst einmal Angestellter im öffentlichen Dienst, wenn wir heute sagen, ist Angestellter im öffentlichen Dienst und leitet dort die Wirtschaftsabteilung, das würde heutzutage so etwas wie ein Legationsrat sein, ein Regierungsrat A13, E13, sowas in der Kante. Ja, und dann kommt der erste Botschafter, wird der erste Botschafter eingesetzt in Dänemark und man könnte sich ja nun wunderbar vorstellen, dass Duckwitz der ideale Mann dafür ist, er kennt Dänemark, er ist da lange gewesen, hat super Kontakte zu dänischen Politikern, er wird es aber nicht. Vielleicht war er doch ein bisschen zu nah dran, er wird dann nach Helsinki geschickt beziehungsweise man fragt ihn, ob er sich vorstellen könne, das in Helsinki zu machen und lockt ihn mit der Verbeamtung. Er geht dann nach Helsinki, wird dort verbeamtet, wird Konsul erster Klasse und hat genau die gleiche Aufgabe wieder, er baut es auf und leitet die Wirtschaftsabteilung. und die Dänen sind doch sehr überrascht, denn er war doch sozusagen ihr Mann, er war doch sozusagen derjenige, den sie als Botschafter erwartet hatten. Und die Dänen haben festgestellt, dass dieser Mann dafür gesorgt hat, dass auf höchster Ebene zumindest die Verhältnisse sich normalisierten. Auf politischer Ebene. Auf politischer Ebene natürlich auch deshalb, weil Dänemark bis zum heutigen Tage, also wenn Sie mit Dänen sprechen, werden Sie das immer wieder hören, natürlich Deutschland als übergroßen Nachbarn im Süden sieht. Übergroßer Nachbar, der natürlich in der Zeit zwischen 1940 und 1945 sich als sehr gefährlich gezeigt hat. Aber was viele in Deutschland nicht wissen, für die Dänen noch viel traumatischer ist das Jahr 1864. 1864 hat Preußen im Prinzip Dänemark zerstört, das alte Dänemark. Das alte Dänemark, was in seinem Selbstverständnis ein Großreich war. Und zwar eine Großmacht im Ostseeraum, eine Großmacht, zu der Norwegen gehörte, zu der Grönland gehörte und zu der Schleswig-Holstein gehörte. Und wenn Sie bedenken, dass Kiel und Flensburg zwei der größten dänischen Städte über Jahrhunderte waren und zwei wichtige Handelspunkte, dann hat Dänemark mit 1864 mit dem Verlust von Schlüssel-Holstein und dem vorherigen Verlust von Norwegen ein Großteil seiner Wirtschaft und seiner Landmacht eingebüßt, obwohl die Dänen heute immer noch behaupten, sie sind eines der größten Länder Europas, weil Grönland ja noch dazu gehört. Aber das ist nur flächenmäßig. Also wie gesagt, 1864 verübeln uns Ideen eigentlich ein bisschen mehr. Ich beruhige sie dann immer, wenn ich mich mit meinen dänischen Freunden treffe und sage, naja, dafür habt ihr uns 1992 die Würde genommen. Also 1992 hat Dänemark im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland 2 zu 0 geschlagen mit einer berühmten Mannschaft, die direkt aus dem Urlaub zurückgerufen wurde, weil damals Jugoslawien Zerfiel, Jugoslawien hatte sich qualifiziert und für Dänemark ist das bis heute das Großereignis 1992 müssen sie noch sagen und alle Dänen freuen sich und geben ihnen ein Bier aus als Deutschen. Ja, also die Dänen, wenn man sie so kennt, weiß man, sie sind auch ein nordisches Volk, aber sie sind ein Volk mit unheimlich Gefühl für Menschen und sie erkennen, dass natürlich Dukwitz auch enttäuscht ist, dass er nicht Botschafter wird und sie zeichnen ihn dann aus mit der höchsten Auszeichnung, die man einem Ausländer machen kann, sie nennen ihn zum Kommandeur des Dannebrock-Ordens und beim Dannebrock-Orden muss man einfach wissen, das ist für jeden Dänen, der eine höhere Funktion in Dänemark hat, die große Auszeichnung, die er bekommt, automatisch bekommt, aber sie macht ihn unfassbar stolz. Also ich kenne zwei Dänen, die diesen Orden haben und das ist einfach, für die ist das, also das können sie mit dem Bundesverdienstkreuz gar nicht aufwerten, das macht sie wirklich stolz und dass man dann eben einen Ausländer damit auszeichnet, das hat schon eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Aber sie mussten nicht lange warten, denn 1955 kommt er dann endlich, Duckwitz wird Botschafter in Kopenhagen und die Annäherung zwischen Deutschland und Dänemark wird fortgesetzt, ganz wichtig in dieser Zeit, es kommt auch von ihm mit vorbereitet, im Hintergrund zu den sogenannten Bonn-Kopenhagener Abkommen, plural, es sind zwei Abkommen, die in Kopenhagen und in Bonn unterzeichnet werden und in dem man Art 1, die Grenze, nach dem Zweiten Weltkrieg gezogene Grenze anerkennt und gleichzeitig die Minderheiten anerkennt. Also diese Grenze ist ein Ergebnis, eine Abstimmung aus dem Jahr 1921, aber die hat sich natürlich im Zweiten Weltkrieg dann wieder ein bisschen verschoben und man hat sie wiedergezogen und man erkennt jetzt die Minderheiten an, mit besonderen Rechten. Also Sie wissen möglicherweise, dass es in Schleswig-Holstein im Landtag immer noch diese dänische Minderheit gibt, die also auch nicht die Fünf-Prozent-Hürde braucht, sondern automatisch eine gewisse Anzahl an Abgeordneten hat und umgekehrt gibt es eben halt auch Abgeordnete der deutschen Minderheit, die in Kopenhagen mit im Volketing sitzen. Also von daher gibt es da eine Annäherung, die sehr bedeutend ist für das deutsch-dänische Verhältnis und wenn Sie wissenschaftlich unterwegs, also nicht wissenschaftlich unterwegs sind und häufiger Kontakt zu dänischen Wissenschaftlern haben, ist dieses Bonn-Kopenhagener Abkommen oder diese Bonn-Kopenhagener Abkommen aus dem Jahr 1955 von entscheidender Bedeutung. Das ist sozusagen eine der Kernpunkte. Was aber eben genauso wichtig ist, ist eben der Ausbau der Wirtschaftskontakte und da ist er natürlich der ideale Mann, er war vorher Handelskonsul und was in diese Zeit auch fällt, ist eine militärische Annäherung ein ganz, ganz sensibles Thema. Also ich habe dazu auch schon gearbeitet und mich auch mit dänischen pensionierten Offizieren unterhalten. die militärische Annäherung ist noch viel schwieriger als die zwischenmenschliche Annäherung. Die Wehrmacht hat Dänemark besetzt, 1864 hängt darüber noch im Hintergrund und jetzt deutsche Soldaten irgendwie in Dänemark zu sehen, das ging gar nicht. Also konnte es nur sein, dass sozusagen Dänen nach Deutschland kommen. Es ging auch überhaupt nicht, dass sozusagen Depots, also sprich Munitionslager, deutsche Munitionslager irgendwo in Dänemark es hätte geben können, so ein Motto, um Gottes Willen, die Deutschen bereiten ihren nächsten Angriff schon vor, indem sie Munitionslager bei uns legen. Man hat dann später Munitionslager in Dänemark, aber erst in den 70er Jahren, also das ist weit danach. Aber es gibt eine erste militärische Annäherung und zwar auf der NATO-Ebene. Dänemark ist ja eines der ersten NATO-Mitglieder und die Bundesrepublik Deutschland kommt 1955 dazu und man nähert sich dann militärisch an. Was Sie vielleicht alle nicht wissen, Dänemark war relativ lange in Deutschland bis dänische Soldaten bis 1989, aber angefangen hat die Zeit der dänischen Soldaten in Schleswig-Holstein insbesondere, aber auch teilweise in Niedersachsen 1945, denn Dänemark war ein Teil der alliierten Besatzungstruppen. Dänemark hat insgesamt 7000 Soldaten in Deutschland stationiert gehabt und zwar zwischen 1945 und 1953. Das ist eine, finde ich, doch relativ für so ein kleines Land 5 Millionen Einwohner, damals wahrscheinlich eher 4 oder 3,5 Millionen Einwohner, doch eine relativ prominente Zahl. Ja, und in dieser Zeit kommt es zu ersten Kontakten mit Willy Brandt. Also, da ist unser guter Duckwitz auch schon über 50, aber er lernt Willy Brandt kennen. Warum? Der, der Willy Brandt kennt, weiß, dass Willy Brandt gerne gereist ist. Willy Brandt war noch nicht Bürgermeister, sondern da war er Präsident des Berliner Senats. Also, das heißt, da war er sozusagen in einer Funktion, wo er das machen konnte, aber nicht unbedingt machen musste. Aber Willy Brandt hat schon sehr frühzeitig erkannt, dass Berlin mit seiner besonderen Lage auch einer besonderen Aufmerksamkeit bedurfte, und zwar weltweit. Wo insbesondere natürlich in den NATO-Staaten. Da er aber nicht der Bürgermeister war, musste er dem Bürgermeister die großen NATO-Staaten überlassen. Bürgermeister damals, natürlich wissen wir alle, Ernst Reuter, der ist in die großen Staaten geflogen, nach Amerika geflogen, nach Großbritannien und Frankreich und Willy Brandt hat dann so die kleineren abgefrühstückt. Unter anderem ist er zu Duckwitz nach Dänemark gekommen. Und da haben die beiden sich kennengelernt und offensichtlich relativ schnell schätzen gelernt. Denn ich habe hier Teile des Briefverkehrs zwischen Duckwitz und Brandt dabei, immer sehr höflich, aber die Nuancen sind wichtig. Und die Nuancen gehen immer dahin, ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen, kommen sie mich doch nochmal besuchen, die ganze Zeit immer so. Und so nach dem Motto, was machen wir denn nächstes Mal? Wann können wir das nächste Mal zusammen, Willy Brandt war ja auch kein Kostverächter, der hat auch gerne mal Alkohol getrunken und schöne Dinge geraucht, wann können wir das nächste Mal eine Zigarre zusammenrauchen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Und so läuft das dann immer so im Abspann, wenn die beiden miteinander kommunizieren und das ist schon ein Zeichen dafür, dass sie ein über das normale Maß hinausgehendes Verhältnis haben. Und besonders verändert sich das Verhältnis, also Botschafter haben immer so eine Stehzeit von ungefähr drei Jahren. Also es ist jetzt nichts Unnormales, dass er nach drei Jahren abgelöst wird von diesem Botschafterposten und nach Bonn zurückkehrt. Also zurückkehrt ist gut, er ist dann zum ersten Mal in Bonn ans Mutterhaus. Nämlich ins Auswärtige Amt. Und das wird für ihn eine relativ schwere Zeit, weil er mit dem damaligen Außenminister von Brentano überhaupt nicht zurechtkommt. Die beiden haben völlig unterschiedliche Vorstellungen von Außenpolitik. Er wird zum Leiter der Ostabteilung. Warum? Er wird zum Leiter der Ostabteilung, weil er einer der wenigen höheren Beamten im Auswärtigen Amt ist, die völlig unbeleckt sind, was den Osten betrifft. Er hatte nie was mit dem Ost zu tun. Er war die ganze Zeit an Skandinavien. Viele der Beamten hatten zur Zeit des Dritten Reiches in irgendwelchen Abteilungen zu tun gehabt, die mehr oder minder intensiv mit Osteuropa zu tun hatten. Und hatten sich da möglicherweise auch einen schlechten Ruf erarbeitet, sodass sie für solch eine wichtige Aufgabe in dieser sensiblen Zeit nicht in Frage kamen. Deswegen macht man ihn zum Leiter der Ostabteilung. Von Brentano ist aber ein absoluter Verfechter der sogenannten Haltstein-Doktrin. Dem meisten von Ihnen wird das sicherlich was sagen. Ich frische das noch mal ein bisschen auf. Bei der Haltstein-Doktrin geht es darum, dass die Bundesrepublik Deutschland verlangte, dass kein Land diplomatische Beziehungen zur DDR aufbaut. Sollte das ein anderes Land tun, würde die Bundesrepublik Deutschland sofort die diplomatische Beziehungen zu diesem Land abbrechen. Klingt erst mal sehr massiv. Es gibt dann so das ein oder andere Land, die trotzdem Beziehungen zur DDR aufbauen und die Bundesrepublik Deutschland dann sich trotzdem nicht in der Lage sieht, die Beziehung abzubrechen. Aber es gibt zwei Länder, bei denen passiert das, nämlich Jugoslawien 1957 und Kuba 1965. Das hat sicherlich auch noch andere Gründe gehabt, aber die beiden Länder sind sozusagen mit dieser Hallstein-Doktrin konfrontiert worden. Die Hallstein-Doktrin hat dann Gültigkeit, im weitesten den Gültigkeit, bis Willy Brandt Außenminister wird. Das haben wir, so weit sind wir jetzt aber noch nicht, wir sind immer noch bei von Brentano. Was für Duckwitz wichtig ist, dass er bei dieser Arbeit erkennt, dass Länder wie Polen oder wie Israel zum Beispiel, denen man während des Zweiten Weltkrieges massiven Schaden zugefügt hat, nicht unter diese Hallstein-Doktrin fallen dürfen. Aber Polen ist ja nun ein Land, das als Teil des Warschauer Paktes natürlich diplomatische Beziehungen mit der DDR hat und die auch unterhalten muss. Also diese Diskussion zwischen von Brentano und Hallstein, Entschuldigung, von Duckwitz und von Hallen, von Brentano und Duckwitz führt dazu, dass die beiden kein sehr positives Verhältnis zueinander haben. Wie wir gleich sehen werden, sucht dann Duckwitz auch nach zweieinhalb Jahren das Weite. In der Zeit aber, in der er diese Ostabteilung leitet, in der er seine Position, was zukünftige Ostpolitik, nämlich Aussöhnung, auf eine Aussöhnung ausgerichtete Ostpolitik betrifft, intensivieren sich die Kontakte zu Willy Brandt. Willy Brandt ist dann ja Bürgermeister von Berlin und ist natürlich immer noch so reisefreudig oder noch reisefreudiger und berät sich dann doch immer wieder mal mit Duckwitz. Auch hier gibt es wunderbaren Schriftverkehr, den man im Archiv in Bonn, also im Archiv der sozialdemokratischen Politik wunderbar finden kann. Gibt es Schriftverkehr, wo offensichtlich Duckwitz wiederholt ihm ganz klar seine Vorstellung über eine zukünftige Ostpolitik darlegt und Willy Brandt als Bürgermeister einer belagerten Stadt ganz klare Vorstellungen hat, wie man die Situation von Berlin auch verbessern kann und sich dabei das Verhältnis immer weiter verdichtet zwischen den beiden. Gut, wie schon gesagt, Duckwitz und von Brentano werden nicht wirklich Freunde und Duckwitz drängt dann darauf, noch eine Position als Botschafter zu bekommen. Die Bundesrepublik Deutschland unterhält seit Anfang der 60er-Jahre auch intensivere Beziehungen zu Indien, möchte dort die Beziehung ausbauen und deswegen schickt man dort einen erfahreneren Botschafter an eine größere Botschaft und er ist dann fast vier Jahre lang bis zu zu seiner Ruhestandsetzung aus aus gesundheitlichen Gründen Botschafter in Indien und Nepal und auch hier begegnet er wiederholt Willy Brandt es gibt wunderbare Bilder die ich leider nicht bekommen habe ich wollte sie unbedingt haben um sie sehr farbprächtige Bilder sieht dann Willy Brandt aber auch Duckwitz auf diesen Bildern mit diesen indischen Repräsentanten 1965 geht Duckwitz dann aus gesundheitlichen Gründen in Ruhestand und wie wir gleich auch sehen werden ist er dann ja leider auch schon relativ mit 69 relativ jung verstorben er scheint wohl wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme zu haben aber auch die verschweigen sich uns bisher wir haben nämlich bisher keinen Zugang zu seinen gesundheitlichen Akten bekommen die Familie hat uns da bisher Einsicht verweigert ich hoffe dann noch so ein bisschen darauf dass das im Laufe der Zeit da vielleicht die Einsicht weicht dass es nichts Schlimmes ist sondern vielleicht das Bild von Duckwitz einfach nur runter macht er behält aber in dieser Zeit auch das kann man anhand des Briefverkehrs sehen Kontakt mit Willy Brandt seine Handschrift wird etwas unsauberer das macht es mir als Historiker etwas schwieriger den Briefverkehr zu lesen aber das ist schlimm aber es weist natürlich auf seinen Gesundheitszustand hin der also wirklich nicht so gut gewesen zu sein scheint aber trotzdem behält er Kontakt mit Willy Brandt und Willy Brandt ist dann derjenige der schafft ihn zu überreden in einer Phase in der Willy Brandt dann noch mehr Einfluss hat nämlich als Außenminister nicht nur als Bürgermeister von Berlin sondern als Außenminister überredet er ihn zurückzukommen und macht ihn zum Staatssekretär im Auswärtigen Amt also verbeamteter Staatssekretär im Auswärtigen Amt ist dann natürlich was die Position betrifft für den Nicht-Politiker Duckwitz die Krönung dessen was man werden kann und sie ist sicherlich auch die Krönung dessen was er sich vorgestellt hat auf welchem Feld er Einfluss nehmen möchte nämlich dem der Aussöhnung mit einem Land dem Deutschland während des Zweiten Weltkrieges massiven Schaden zu gefügt hat seine Arbeit als Staatssekretär im Auswärtigen Amt ist aber auch für die Personalpolitik zuständig und wenn sie das vor vier Jahren erschienen Buch das Amt gelesen haben dann werden sie dort massive Kritik der Historiker die die Akten bearbeitet haben vom Auswärtigen Amt an Duckwitz sehen wie er die Personalführung betrieben hat seine Personalführung muss wohl sehr wenig restriktiv gegenüber ehemaligen Angehörigen des Auswärtigen Amtes während des Dritten Reiches gewesen sein drücken wir es mal so aus ich habe die Akten nicht gesehen ich kann es nur schwer beurteilen aber es gibt diese Kritik und ich möchte sie ihnen nicht vorenthalten er ist aber insbesondere natürlich dafür zuständig für Willy Brandt die Politik vorzubereiten die er dann letztendlich nicht nur als Außenminister sondern insbesondere dann auch eben ab 1969 als Bundeskanzler exekutiert nämlich die Ostverträge Polen ist natürlich nur ein Teil aber es ist sozusagen die Initialzündung für die Ausdöhnung auch in anderen Bereichen das Abstand nehmen von der Haltstein Doktrin also sprich nicht mehr andere Länder damit zu bedrohen mit ihnen die ja nicht nur die diplomatischen sondern auch die Wirtschaftskontakte nicht mehr zu pflegen wenn man die DDR anerkennt gut er wird dann in den Ruhestand versetzt aus Altersgründen weil er die Altersgrenze erreicht nämlich mit 1965 und ein bisschen er wird aber gleichzeitig von Willy Brandt zum Leiter der bundesdeutschen Delegation für die deutsch-polnischen Verhandlungen ernannt und das offensichtlich der zwar immer in der zweiten Reihe stehende Georg Ferdinand Duckwitz einen etwas sagen starken Charakter hatte zeigt zeigt sich dass er auch mit dem Außenminister Scheel überhaupt nicht zurecht kommt also die beiden finden keine gemeinsame Basis er hat aber das Glück dass er natürlich von Brandt protegiert ist und Brandt weiter schützen die Hand über ihn hält man verhindert nicht dass er aus Altersgründen in den Ruhestand geht man hätte das ja auch irgendwie verlängern können oder wie auch immer gleichzeitig benennt ihn aber dann Willy Brandt zum Sonnebeauftragten für die Aussondung mit Polen er leitet dann die Delegation und es wird dann am 7. Dezember 1970 in Warschau der sogenannte Warschau-Vertrag unterzeichnet in dem erstens die oder Neiße die anerkannt wird zweitens die Kompensationskosten also sprich das was die Bundesrepublik Deutschland an Polen zahlt zum Ausgleich der Zerstörung während des Krieges und nicht zu vergessen die persönliche Aussöhnung die Entschuldigung der Kniefall der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Polen für die Taten während des Zweiten Weltkrieges sozusagen der Höhepunkt seiner Karriere und ich finde dieses Bild zu bezeichnen wir sehen also hier Duckwitz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Cieran Kiewski und Willy Brandt beobachtet also die Szene jetzt hat sich also Willy Brandt zurückgenommen stellt sich in die zweite Reihe wie die beiden auf dem Bankett miteinander anstoßen auf eine erfolgreiche Unterzeichnung dieses Vertrages ein wunderbares Foto was viel aussagt was auch viel über die Position von Duckwitz in dieser Situation oder in diesem Zusammenhang darstellt Ja ein Mensch wie Duckwitz ist natürlich auch ein Mensch der Anerkennung findet Anerkennung findet in Form von Auszeichnungen Kommandeur des Dänischen Dandenburg Ordens Bundesverdienstkreuz mit Stern mit Stern und Schulterband und viel wichtiger finde ich eben die beiden Netzgenannten Preise erhält 1970 von der jüdischen Gemeinde in Deutschland das ist das Bild oben rechts den sogenannten Heinrich-Stahl-Preis für den Nichtjuden der in einem über einen längeren Zeitraum unheimlich viel Gutes für die jüdische Gemeinde in Deutschland getan hat und und das ist glaube ich etwas was glaube ich auch ein wenig zeigt und glauben Sie mir dass die die ihn da ausgezeichnet haben sicherlich schon sehr genau geprüft haben werden was er dann getan hat und was er nicht getan hat während des dritten reiches 1971 wird er in Israel ausgezeichnet zu einem der sogenannten gerechten unter den völkern und erhält seinen Baum in Yad Vashem also Sie können heute noch hingehen diesen Baum und das Ehrenschild was dort angebracht ist für Georg Ferdinand Duckwitz finden ja er erlebt es nicht mehr lange denn er stirbt leider viel zu früh 1973 in Bremen Krankheit unbekannt er ist dann in Bremen auf dem Familien Friedhof besetzt oder nicht auf dem Friedhof sondern am Familien Grab auf dem Friedhof dem Rienberger Friedhof der Nachlass von ihm den es gibt der aber in der Hand der Familie liegt ist bisher nur wenig bearbeitet Sie können sich vorstellen dass ich größtes Interesse daran habe das zu bearbeiten und möglicherweise dann auch mal ein kleines Buch dazu zu schreiben seine Erinnerung in Deutschland ist vernachlässigt ich weiß nicht wer von Ihnen vorher den Namen Georg Ferdinand Duckwitz schon mal gehört hatte von daher darf es meiner Meinung nach noch einen genaueren Blick auf Persönlichkeiten wie ihn also ich nenne sie immer Personen aus der zweiten Reihe die sich nie aufgedrängt haben die sich auch nie auch in der Studentenverbindung in der er gewesen ist Zeit seines Lebens ist er nur dann in Erscheinung getreten wenn man ihn drum gebeten hat er muss wohl relativ klare Meinungen zu verschiedenen Themen gehabt haben zu vielen Dingen gehabt haben aber er war nie derjenige der anderen seine Meinung massiv aufgedrängt hat ja Frage nach dem Heldenmythos wie entsteht so etwas in Dänemark in Dänemark natürlich wenn man gute Verhältnisse zu einem Land wieder aufbauen möchte dann muss man auch irgendwelche Role Models haben Vorbilder wer ist denn jetzt überhaupt da noch in Deutschland überhaupt gut wen können wir da als Ansprechpartner nehmen und da war er natürlich der ideale Mann er hat unsere Juden gerettet er hat sich für uns für unser Volk eingesetzt er war immer gut zu uns auch in den dunkelsten Zeiten also für die den jemand den man wunderbar dazu benutzen konnte die Verhältnisse zum südlichen Nachbarn zu normalisieren umgekehrt in Deutschland in Deutschland benötigte man auch Menschen die sozusagen moralisch in den dunkelsten Zeiten aufrecht gewesen sind also hat man natürlich auch gerne ihn ein wenig überhöht und gesagt also hier also das war jemand der hat der hat wirklich Haltung bewiesen und zwar die richtige Haltung so nicht lesen nicht lesen es gibt aber auch Gegenstimmen dazu und es gibt auch viele Fragen ich habe hier nur so mal vier aufgeschrieben warum ist Duckwitz in die NSTHP eingetreten und nicht wieder ausgetreten da gibt es Argumente dafür und da wieder Duckwitz hat immer behauptet na wenn ich ausgetreten wäre dann hätte ich allen gezeigt dass ich was gegen sie habe bin ich also drin geblieben und konnte so sozusagen weiter wirken das ist Duckwitz Argument die Kritiker sagen ja ja von wegen du bist ein alter Nazi gewesen ja warum ist er 1939 nach Deutschland zurückgekehrt gute Frage warum kehrt er zurück er hätte auch in Amerika bleiben können mit seiner Familie war alleine zu dem Zeitpunkt noch er hätte da bleiben können schönes Leben sich in Amerika machen können Amerika war nicht am Krieg beteiligt ja warum kehrt er zurück manche behaupten naja der ist immer noch verbunden mit der Rosenberg Truppe da in diesem auswärtigen Bereich der Nationalsozialisten die haben ihn zurückgeholt und er ist als Spion nach Kopenhagen gegangen da gibt es keine Beweise für und die Dänen behaupten Duckwitz ein Spion das hätte uns auffallen müssen wir haben unsere eigenen Leute gehabt wir haben auf alle Deutschen immer Leute angesetzt gehabt wenn Duckwitz ein Spion gewesen hätten wir es rausgefunden können wir heute nicht nachweisen gibt es keine Unterlagen drüber so Schifffahrts Sachverständiger hat er den ganzen Tag damit zu tun gehabt irgendwelche Schiffe von A nach B zu lenken was hat er da gemacht was war das für eine Rolle auch da ist immer so die Frage hat er vielleicht doch möglicherweise für den militärischen Geheimdienst gearbeitet oder was hat er da gemacht hat er den ausspioniert hat er den Schiffsverkehr ausspioniert hat er darauf geachtet dass da keine krummen Dinger laufen gut also ganz ehrlich wer an der Botschaft arbeitet arbeitet natürlich schon immer im Interesse des eigenen Staates also jeder Militärattaché der irgendwo ist spioniert natürlich das Militär des Staates vor Ort aus das ist völlig klar da werden wöchentlich Berichte geschrieben also so eine gewisse Spionagetätigkeit wenn man das rein interpretiert hat jeder der an der Botschaft sitzt auch der Kulturattaché beobachtet natürlich was vor Ort in diesem Land an Kultur passiert und was es dort für Entwicklungen gibt und so weiter wenn man das als Spionage bezeichnen will gut ja und natürlich eine der großen Fragen ist warum hat er so ein Super-Nazi wie den Werner Best nach dem Krieg dabei geholfen sich zu rehabilitieren er hat immer argumentiert naja Best und ich haben in Kopenhagen gut zusammengearbeitet Best hat mir nie was Böses getan muss ich deshalb so jemanden so unterstützen gut das ist die Frage also das sind alles so Fragen die natürlich offen sind die wir heute versuchen zu beantworten wir werden versuchen so weit wie möglich der Sachen auf den Grund zu gehen wir das ist ein dänischer Kollege und ich ich brauche einen Dän der Dänisch lesen kann weil es gibt nicht eine Menge Unterlagen in Dänisch aber er interessiert sich auch sehr für das Thema er ist auch sehr da unterwegs er kennt Hans kannte Hans Kirchhoff lebt nicht mehr er kannte Hans Kirchhoff ganz gut und von daher wird es sicherlich eine sehr interessante Aufgabe Ja noch einmal kurz zusammengefasst das war er ich kann Ihnen auch noch ganz kurz erklären warum ich mich zunächst einmal für ihn interessiert habe ich bin in der gleichen Studentenverbindung wie Georg Ferdinand ein Kurbruder von mir hat mich darauf gebracht er hat gesagt Mensch Dieter willst du nicht mal gucken ob du da was finden kannst da gibt es nicht so viel da gibt es dieses dänische Buch der gode Tysker aber hier in Deutschland da gibt es nur so ein kleines Heftchen vom Auswärtigen Amt und sonst gibt es nichts es könnte eine Menge geben man kann eine Menge draus machen es ist ein spannendes Thema ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für alle Fragen die Sie mir stellen mit